Heute habe ich Yuka gebadet, da sie es letztens eingefordert hat. Dazu zeige ich ihr unser Zeichen fürs Baden und dann geht sie auch schon los ins Badezimmer. Zuerst lege ich ein Handtuch rein und mache dieses nass, damit sie nicht ausrutschen und sich verletzen kann. Zwischendurch gibt es immer wieder Leckerlis und dann teste ich die Wassertemperatur. Danach dusche ich sie im ganzen Körper ab und belohne sie immer wieder, dass sie so toll mitmacht. Danach kommt das Shampoo, was im ganzen Körper verteilt wird. Anschließend wird sie abgeduscht und dann nehme ich noch ein kleines nasses Handtuch und säubere ihr separat das Gesicht, damit kein Shampoo und Wasser in Augen und Ohren kommt.